Hi ihr Lauser! Grüß euch! Willkommen zu meinem Double Feature. Wir vergleichen zwei Spiele. Thema Wilder Westen. Scatter Cache ist ein ziemlich cooles Spiel. Haben wir auch lange nicht gewusst, habe ich schon einige Videos dazu gemacht. Und der Totem Chief, den lassen wir einfach mal mitlaufen. Schauen wir mal. Kamera ist ein bisschen schief jetzt. Ein bisschen ausjustieren hier. Komisch. Naja, so müsste es gehen. Ja, ab geht's Leute. Hoffen wir sehen die Free Games und hier die schönen Kombis. Man kann natürlich auf 10 Linien schalten. Kein Geldskragenmodus. Hier haben wir 20 Cent Feature noch dabei. Jawoll! und dann fiat! Oh, warum kommt ihr mal da, wo es ist? Haha! Oh! Okay! Oh! Echt! Ok! Echt! Ah, schade. Ja, Scatter Cache ist natürlich schön mit den Waldsymbolen, dann gibt es hier die, alle Symbole zählen als Scatter, das ist natürlich cool. Und da ist es ja der altbekannte Todempfahl, der ja öfter in Reihe dann kommen soll, ist ein beliebtes Spiel, wurde auch oft von den Spielogrößen aus YouTube gezeigt. Ich mag das jetzt nicht so gern, aber einfach mal zum zeigen, gut, ich stehe auf so Scatter Spiele, wenn ihr mal Früchte-Battles sehen wollt, machen wir mal Früchte-Battles, bin auch kein Früchte-Fan, aber zeige ich natürlich gerne, Frutinato oder Jokernato oder was es alles gibt oder Crazy Fruits, einfach mal sagen. Na, da haben wir gleich ein paar Mal den Ding, da wäre noch so ein Dodemp schön gewesen, Todempfahl. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich lasse euch noch ein Kopi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und Schluss!